haja warum ist vom doktor hereingebeten nicht richtig ja das sicherheitsprotokoll das habe ich gesagt 90 tage ja gut okay passiert passiert sowas immer wenn du in den falschen weg reingehst weil ich glaube ich bis jetzt noch nicht in den falschen weg reingegangen jemals naja es gibt immer ein erstes mal also war das jetzt richtig oder falsch ich versteh es nicht weil wenn ich ich komme jetzt offensichtlich weiter wenn ich aber die versorgung genommen hätte wer dann auch was passiert okay also was falsch okay ja dann so so ich ist ist er gar nicht erst reingegangen okay interessant das war nur ein out lass uns dieses mal was ach so lass es uns dieses mal aus dem feld Ich schlag nach so Baseball. Soll ich jetzt alle einfach durchgehen? Und sind... Weil alle sind ja nicht richtig. Er ist gar nicht da reingegangen vielleicht? Naja. Weil... Weil das Sicherheitssystem jetzt... Na? Ich meine, ich verstehe es nicht. Aber das kann ja nicht stimmen. Vielleicht ist er reingeflogen. Vielleicht hat ein Roboter ihm die Sachen reingehauen in den Rücken. Ich glaube, es sind alle Wege falsch. Ja, ich weiß. Ja, ja. Ich mach das schon. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe doch ein Messer. Es scheint die Todesursache zu sein. Das da, oder? Was ist das? Warte, ja, war dann so ganz seit dem Abbruch. Da, die Stichwunden, oder? Weil, ich meine, du kannst dich schwer selbst umbringen, wenn du die in den Rücken stichst. Was? What the fuck is this? I don't... Oh, ja. Das ist natürlich möglich. Wahrscheinlich hat er das Messer in einen Eisblock eingefroren, damit die nur die Spitze rausschaut. Dann ist er draufgefallen mit dem Rücken. Dann ist der Eisblock geschmolzen. Und so sah es aus, als wäre es kein Selbstmord gewesen. Ja. Okay. Ich meine, entweder bin ich deppert und habe jetzt wirklich zweimal die falsche Antwort genommen. Oder das gehört so. Weil, wenn jetzt das dritte A so ist, das stimmt nicht. Weil, es kann nicht stimmen. Das dritte kann nicht stimmen. Also, die linke Tür halt. Weil, die Stromversorgung ist überhaupt nicht an die... Mhhh... Nein. Okay. Also. Was sagst du? Irgendwas anderes? Alles gut. Sind nur zwei Outs. Wie beim Baseball. Beginnen ab hier die richtigen Schlussfolgerungen. Ja, beim Baseball kommen immer Schlussfolgerungen vor. Ich will, das ist dir. Okay. Hier gibt es auch keine anderen Türen. Ich schaue nur, dass sie nichts verstecken. Aber eigentlich, wozu? Gut. Dann deaktivierte das Sicherheitssystem durch Strombrechen. Es... Es stimmt nicht. Wenn das jetzt stimmt, dann bin ich aber... Angefrisse. Ich sage euch... Es sind alle drei Wege falsch. Alter. Die Person hat sich weg der Schmerz... In der Schmerz... Das ist sicherlich eine sehr leichtes Antwort. Aber... Wie ist das so einfach so einfach? Das war... Ah! Hier ist die Tür schon offen. Ich wollte nur ein bisschen... Juuu. Dass wir nicht wieder vor verschlossenen Tore stehen. Okay, gut. Es sind alle drei falsch. Alter. Ich sage, ich schwöre dir, nein. Nein. Gut. Also. Sicherheitsstromversorgung an den Stromnetz betrieben. Das Sicherheitsprotokoll hilft uns hier nicht. So. Ich habe eine Frage. Der Täter, ja. Wir nehmen jetzt mal an, das ist dieser Killer. Und offensichtlich hat dieser Killer ja schon viele andere Leute umgebracht. Also gibt es wahrscheinlich mehrere Labyrinths, die dadurch entstanden sind. Und wenn wir ihn hier stellen, in diesem Labyrinth. Würden sich dann die anderen Labyrinthe auch auflösen? Oder würden die dann immer noch weiter existieren, weil niemand das Geheimnis gelöst hat? Aber wenn du dann ins Labyrinth gehst und das Geheimnis löst von einem anderen Fall, den der Killer begangen hat, kannst du ja niemanden mehr die Seele stehlen, weil der ja schon tot ist, weil wir dieses hier gelöst haben. Versteht ihr, was ich meine? Was für eine Zeitverschwendung. Was? Das kann doch auch nicht funktionieren. Nein. Ha, Bibi. Dieses Labyrinth verarscht uns doch. Weil in den, ähm, Lösungschlüsseln steht auch die Seelenprojektion. Du kannst nichts bewegen oder so irgendwie in der echten Welt. Scheiße, was ist denn da los? Alter. Ja. Wer ist die Leute? Riesenlärm? Dann diskutieren sie mit mir, ob sie die Tür wieder zumachen sollen von meinem Zimmer, weißt? Das sind alles Idioten in dem Haus. So. Ähm. Ähm. Das wird, okay. Hä, schüttel nur den Kopf. Äh. Ja, das stimmt halt auch nicht. Shinigami, es stimmt halt nicht. Keiler, da rennt der Baby. Oh, Naruto-Ran. Ja, ich habe ja gesagt oder versucht, dir zu erklären, dass das nicht stimmt. Dieses Labyrinth ist irgendwie... Warum hupfen da diese komischen Statuen rum und tun nichts übrigens? Okay. Okay, da hat sich kurz off... ausgeschalten. Keine Ahnung, was da war jetzt. Ja, also die Merkmale hier eben. Mensch kann während der Seelenprojektion nichts berühren. Sie kann weder den Körper eines anderen übernehmen, noch kann die Geisterform gehört werden. Es geht überhaupt nicht, dass er irgendwen umgebracht hat in seiner Projektionsphase. Ja, ja, ja. Weißt du, uns kackt sie an, wenn wir nach Ausreden suchen. So, ja, wir haben nicht nachgeschaut, dass da jemand drin war im Dekom... ...Dekom, was auch immer. Ja, aber jetzt sie ist so... Sie sucht ja selber nach Ausreden. Schau mal, was die nächste Tür bereithält. Wir müssen alle möglichen Wege eliminieren, bevor wir den richtigen finden. Dieses Labyrinth will uns wirklich aufhalten. Das ist so richtig... Nein, nein, nein. Na, großartig. Vielleicht müssen wir umkehren und zurückgehen. Du bist doch die Führerin dieses Labyrinths, oder? Du musst dich doch auskennen. Übrigens, warum sind die Käfige oben in Form einer Spinne? Er passt denn da hinein. Ja, das ist so richtig. Ja, das ist so richtig. Ja, das ist so richtig. Nein, ich mag nicht. Ja, ich mag nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, das gibt mir Seelfrieden? Ja? Natürlich kann ich das. Oh. Ja? Ich muss mich der Sache stellen. Ähm. Das wäre wirklich hilfreich, wenn ich wüsste, wovon er redet. Oh, okay. Okay. What are you tricking me? Äh. Ich kam jetzt überhaupt nicht mit. Ich weiß nicht, ob ich stark genug dafür bin. Das meint er wahrscheinlich. Ich habe keine Verbrechen, die wir mögen haben. Ich habe die Wahrheit geschehen. Ja, okay. Ah, nehm ich an, weil... Ah, ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt wird es spannend. Was werden sie mich fragen? Ah. Hui. Wer ist in der Lage, das Sicherheitssystem zu überwinden? Armour Pearl? Ich drehe es ein bisschen schneller. Ah, X. Ah, X. Jelie Koko und Pearl. Tada. Aha. Letztes Mal ist sie links gesessen. Und jetzt ist sie rechts gesessen. Also, sie ist auf der linken Popacke gesessen diesmal. Und jetzt Mal saß sie auf der rechten. Wenn ich mich richtig entsinne. Na, was ist das denn jetzt bitte? Ein Treib? Ist ja cool. Wauuui! Du wirkst enttäuscht, egal was wir machen. Hm. Er existiert einfach. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Kommt schon noch an diesen neuen Weg. Kommt schon noch an diesen neuen Weg. Hui. Schau, dieser komische Käfig da oben. Um das wirklich vor, weiterzumachen. Ah, na gut. Da, schau. Warum? Das ist so doof. Wer passt denn da rein? Und welche Form soll das da sein? Was ist das denn? Was ist das denn? Na gut. Geh mal. Shinigami ist schon vorgelaufen. Vorgeflogen. Hübsche Treppe. Was ist denn hier hinten los, zum Beispiel? Nichts. Du kannst reinschauen. Hallo. Ein schöner Totenkopf. Totenkopf. Skelett. Kopf. Was auch immer. Totenschädel. Hoffentlich ist diesmal der richtige Weg. Beweg dich, Meister. Gut. 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 Die Treppe führt. Zu mehr Treppen. Ah, ja. Warum ist sie so so? Das sind aber eine Menge. Nicht Schlösser, sondern Ketten. Das ist das Wort. Gott. Du kannst es ja wenigstens probieren. Wow. Ja. 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 Na ja, er hat die Person nicht gekannt oder erkennen können, wenn jemand, wenn diese Person geredet hat oder was auch immer. Ja. Wem galt die Frage, wer bist du? Zu wem sagt der Doktor? Den Täter. Niemanden. Amapel. Jetzt setzt er sich da hin, ganz entspannt. Wer bist du? Niemanden. Amapel. Amapel. Den Täter. Wem galt die Frage? Wer bist du? Sie ist auch an der Tür. Ich breche sie mit deiner Kraft und der Schlussfolgerung, Meister. Wie? Den Rest überlasse ich dir. Danke. Amapel? Aber es war ja nur ein Amapel drin. Der konnte ja nicht mehr raus. Der Täter? Pfff. Pfff. I don't know. I don't know. Weil die Sicherheits in Zeitung, die ich sagst, ich habe die Möglichkeit in Betracht gezogen. Ah. Okay. Also hat er uns alle verarscht? Okay. Niemand? Oh, okay. Hat er uns echt verarscht? Oder was? War das alles nur ein großer Scherz, also nicht Scherz, aber... Weil er wollte ja aus dem Kanai-Bezirk fliehen. Und es wurde eine Drohung sowohl an den Doktor, als auch an die Detektive, als auch an die Freifriedenskämpfer oder was... Ach, ich weiß die... Geschickt. Also vielleicht war es alles ein... Also vielleicht war es alles ein... Ein bisschen wieder durchkriechen, das ist aber unangenehm. Nebenstraße. Na ja, vielleicht finden wir da was größeres heraus. So ist das wirklich der richtige Weg. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. du hast wirklich vor weiter zu machen na gut auf leute durch enge passagen stammen nur nicht auf meinen arsch ich glaube es hat damit zu tun dass er fliehen wollte da wollte vielleicht seinen tod vortäuschen und es ist schiefgegangen ich weiß es nicht gleich in ein todes spiel hallo der ist schon wieder da hat er jetzt fast getroffen oder sagt er jetzt nicht also gehen wir zurück das sagen sie doch immer ja die wollen uns doch immer aufhalten ich dachte kurz er trägt sandalen und ich war so mein guter mann fragt doch wenigstens coole schuhe aber es sind stiefel die er an hat alles gut ich habe vergessen fähigkeiten neue auszuwählen ist mir gerade eingefallen ich hatte noch zwei stufen egal das notizbuch ein foto und die e mail aufzeichnungen er hat überhaupt keinen plan hey ich bin runtergegangen mann ich wollte die forschung lief gut die für viele die für die tür w Wisst ihr, dieser Yomi, ne, dieser Hellsmile, der da jetzt, der ist ja die ganze Zeit irgendwie involviert in das Ganze und ich habe mir gedacht, so vor einigen Stunden, ja, in diesem Fall, ob er vielleicht den Doktor umgebracht hat. Aber dann habe ich mir gedacht, aber das geht ja gar nicht, weil wie wir dann, wie wir dann drin waren und ihn gefunden haben, ist der Yomi ja reingekommen mit seinen Friedenswächtern und dann haben wir den Schrei gehört vom, ähm, von unserem Chef und der Chef hat gesagt, es ist der Killer gewesen und der Killer hat ja angeblich auch den Doktor umgebracht und ich bin so, das heißt, der Yomi, der bei uns gestanden ist, kann ja nicht den Doktor umgebracht haben, also kann, er könnte schon, aber der kann ja nicht den Chef angegriffen haben, weil er direkt vor uns gestanden ist. Aber vielleicht hat der Yomi den Doktor umgebracht und der Killer war so, okay, meine Arbeit ist erledigt, obwohl, hm? Und hat dann, wollte er fliehen und dann ist halt der Chef ihm entgegengekommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, äh. Wie plante der Doktor aus dem Kanalbezirk zu entkommen? Schlüsselmeister? Denke im Zweifelsfall zuerst über die Tür nach. Entschuldigung, ich habe auf L gehabt, also. Dann findest du den richtigen Lösungsschlüssel. Diesen Teil über sich dir. Wie plante der Doktor aus dem Kanalbezirk zu entkommen? Ersatz, Lösungsschlüssel verwenden. Ersatz. Stromausfall. Terroristischer Bombeangriff. Was? Huch. Ach, ich habe keine Ahnung. Ersatz. Zeichnungen. Okay. Stromausfall. Was? Ich verstehe die Frage und das Ding, den Zusammenhang nicht. Wie plante er aus dem Kanalbezirk zu entkommen? Mithilfe eines terroristischen Bombeangriffs. Ein Grundriss. I don't know. Nein, das war es nicht, okay. I don't get it. Ow. Oh, cha-cha. Oh nein. Nageh. Irgendwie verstehe ich aber nicht, was Ersatz heißt. Nur der Doktor kannte die Details. Ein Stromausfall. Laborkorte. Die Notizen. Zeichnungen einer Person. Ersatz. Okay. Es hat sich gerade in meinem Kopf was geformt, nämlich. Und ich war so, warte mal, warte mal. Und ich habe so, warte mal. Und ich hab mir das Wort gegrossert. Und ich muss sagen, Yuma. Ich habe so langeчикiert. are sie wirklich настоящiger blanket. Hm. Ich habe fast keine Ahnung. Ich gehe so lange, bis zum Beispiel. Und ich habe keine Ahnung. Und ich habe so lange.